300 Fans verzichteten Samstag auf den Badesee und hörten dem Wortfluss von Herbert Kickl zu. Dieser balancierte zwischen Wut auf alle anderen Parteien und Nostalgie-Gedanken an seine Jugendzeit, in welcher Bruno Kreisky Bundeskanzler war. Kickl kommt pünktlich um 12 Uhr auf die Bühne. Auf der Bühne beginnen Volker Reifenberger, Listenerster in Salzburg und Michael Schnedlitz, Bundesgeneralsekretär, die Menge auf Kickls Botschaften einzustimmen. Herbert Kickl selbst knüpft inhaltlich deutlich an seine Vorredner an. Er hätte auch zu den Festspielen gehen können, sagt aber, da will ich gar nicht dabei sein, bei diesen Heuchlern, bei dieser Inzuchtpartie. Er wettert 40 Minuten gegen alle Parteien als Einheitspartei und Systemparteien, überspitzt seine Inhalte und geizt nicht mit radikalen Floskeln. Gegen Ende scheint er nostalgisch zu werden, erinnert sich an die gute alte Zeit seiner Kindheit in den 1970ern. Ihm würden Staatsmänner wie damals fehlen und er nehme sich diese zum Vorbild. Der SPÖ-Vordenker Bruno Kreisky war immerhin Bundeskanzler von 1970 bis 1983. Er selbst würde sich gerne ein Vermächtnis ähnlich dem der Staatsmänner damals machen. Und noch etwas wäre er gerne. Der Vater der Familie Österreich, verkündet Kickl gegen Ende noch. Er wird sich starrer. Der Vater der Familieeed Inrragung Vielen Dank.